Ja, man sieht irgendwie, wie hier eine Tüte voller Krümmel macht. Oh, nochmal, okay. So, okay, was ist jetzt mit unserer Tüte an Kuchentümen? Oh, der eigentlich ist das in seinem Kuchentümen. Das sieht halt Ulf aus. Das sieht halt, vielleicht sieht man es so, weil da das Licht ist. Geil. Messer? Wir nehmen einfach mal einen Löffel. Ich glaube, es ist besser. Die selben Messer haben wir auch. Ikea! Willst du ein Stück gehen? Willst du so ein Stück? Der hat sich den Kuchen. Bitte schön, verdiene ich. Oh, nein, Mann. Was machst du? Oh, toll. Okay. Jetzt was? Ich esse jetzt so aus wie so eine Tüte. Ich bin dran. Der schreibt noch nicht. Boah, du und meine Haare. Ja, hier. Ich bin so ein Bunny. Ich bin so ein Bunny. Okay. Kannst wieder ausmachen. Yeah. Ich bin so ein Lilas. Einen permissions! Je bin so ein liquiert freined. Ich bin so ein wocht. Ich bin... fool!